Oh, okay. Noch einmal einen Bonus. Die Nummer 5 oder 6 ist das jetzt. Komm jetzt. Geh lieber runter. Jetzt geh wieder Nuff. Wobei ist egal. Zu beiden ungefähr gleich weit. Ja, shit. Komm. Die Placements finde ich geil, aber die hitten da wieder nichts. Da unten ein Dreier, Junge. Oh, komm. Ihr Schweine. Wie könnt ihr denn nichts hitten? Junge. Du links, du runter. Das könnte gut werden. Was machen sie? Nichts. Zwei sind es nur noch. Oh, wieder kein Hit. Junge. Okay. Rechts, links, hoch. Dreier. Das wird ein Dreier. Okay, wir machen jetzt den Dreier. Hier hin. Zwei. Ja, aber hitten. Nice. Das ist ein Dreier. Oh, ist gar nicht so schlecht vielleicht. Weiß gar nicht. Ja, immerhin. Und jetzt geht's zusammen. Junge, ihr macht's einen kompletten Dreier. Komm, komm jetzt. Ah, ist nochmal ein Dreier. Nice. Nice. Zwei Symbole. Nice. Der wird gut, Junge. Und nochmal ein Dreier wird schon richtig knallen mit den Multis. Oh, Junge. Komm. Einmal noch zusammen. Einmal noch. Erdbeeren. Erdbeeren. Ja. Ja. Der ist big. Der ist big, Junge. Der ist big. Der ist big. Der ist big. Der ist big. Let's go. Nochmal einen. Nochmal ein Dreier. Oh, noch einen mit den Multis. Mit Erdbeeren. Wir sind durch. Das sind 50k. Komm. Einmal noch ein Dreier. Ah. Scheiße. Einer noch. Oh, wenn sie jetzt da... Wenn sie sich da reinstellen, ist das ein Hit. Oh, Junge. Komm. Endlich Auszahlung von dem Spiel. Nein. Yes. 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 Nochmal die Erdbeeren. Ja. Ja. Fuck yes. Fuck yes, Mann. Fuck it. Fuck it. Nochmal 96k, Mann. Holy shit. Ah. Endlich durchgespielt, die Scheiße. What the fuck. Heilige. Wir haben noch einen Spin, oder? Wir haben noch einen Spin, Junge. Wir haben noch einen Spin, glaube ich. Holy fuck. Eins haben wir sogar noch. Holy. Oh, almost. What the fuck. Macht er die 100... Bei erster 100k Hit? Nein. Fast 100k Hit in der ersten geschafft. Oh, mein höchster Win ever. I've done it. Oh. Wait. What the fuck. Let me check. Let's go, Mann. Let's go. Now we need to fucking wait. I need a cola. Beer. I have a fucking beer. I have a beer. Oh, 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 I have a beer. 96k, 690.50. We have 60k wager. But you should easily wager with like maximum losing like 20k. There is no max on this. Yes. 96k.50. Oh, yeah. Oh, yeah. I think information with internet shit. Hello, guys. Hello, yes. Oh, fuck. So, now we need to actually... Hello, guys. We need to go. Uh, 99k? Oh, now 100k. Uh, yeah. We make a raffle, of course. Oh, god. Need two seconds. I don't have it open. Ay, ay, ay. Actually, finally this game gave me the win. We are waiting for it like years. Holy fuck. Uh. Oh, my God. Let's all fucking go. So, wait. Uh, let me check. Where is it? No. Little. Where's the fucking raffle? I can't even find the raffle at the moment. Oh, yeah.